Acht Auszubildende sind diesen Sommer mit dem VDE ins Berufsleben gestartet. Als eine der größten Technologieorganisationen Europas bieten wir viele spannende Ausbildungen und duale Studiengänge an. Doch was macht eine Ausbildung beim VDE so spannend? Mein Name ist Guido Mkitz, ich bin 16 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Ich befinde mich hier in einem Prüflabor und messe die Temperatur und Spannungen des Gerätes. Warum ich hier im VDE bin? Weil ich mich für Mathe und Physik sehr interessiere und für die Zukunft gerne die Geräte auf Sicherheit prüfen möchte. Ich bin Sajjah Choudhry und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin seit dem ersten August hier in der VDE und ich mache hier eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürgermanagement. Es hat mich besonders interessiert, dass VDE ein internationales Umfeld hat. Mein Kontakt mit den Kunden ist, dass ich die Angebote, Aufträge und die Zertifikate erstelle. Wir haben regelmäßig Austausch mit Kunden und Kollegen aus den verschiedensten Stellen weltweit. Mein Name ist Osama Mejahed, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Wir haben gerade den PC und meine Netzwerkkarte erweitert. Nach der Schülerfraktierung habe ich gemerkt, wie interessant das ist und deswegen mache ich die Ausbildung zum Fachinformatiker. Wenn auch du Lust auf eine spannende Ausbildung hast, dann schau vorbei und bewirb dich jetzt auf unserer VDE-Karriere-Seite www.vde.com. Wir freuen uns auf dich!